Einen wunderschönen guten Morgen liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Risen 3 mit Paxes. Und wer meine letzte Folge angeschaut hat, der kennt meinen Plan. Ich will auf 4000 Ruhm kommen. Wir haben momentan 3750, das heißt uns fehlen ja nur noch 250. Dann können wir nämlich eine Truhe öffnen. Und nachdem wir dann die Truhe geöffnet haben, wo ist denn Bones? Bones? Hä? Habe ich den Auslöschen weggeschickt? Was zur Hölle? Ja, ich habe gerade keine Ahnung, wo Bones ist, aber ich werde diese 250 Ruhmespunkte auch ohne ihn finden. Krass, was ist denn hier los? Was macht denn Bones da? Jetzt muss ich halt echt wieder gegen zwei Gegner auf einmal kämpfen, alleine. Das ist echt blöd. Aber wir verwenden einfach so oft wie möglich unsere Pistole. Damit sollte es relativ schnell gehen. Es sei denn, wir schießen die ganze Zeit daneben. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie viel... Ah, 100 Ruhm. Alles klar, wenn wir die beiden also platt gemacht haben, brauchen wir nur noch 50. Oh ja, schießt immer daneben, ey. Okay, okay, und jetzt aber. Komm, mach ihn platt. Mach ihn platt! Du sollst ihn, du sollst ihn, du sollst ihn, du sollst ihn, du sollst ihn platt machen. Droppen macht nicht mal was. Undankbaren Kreaturen. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo eine Truhe herumstehen, ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, hier war dieser Schatz verbuddelt, oder? Ja. Okay. Dann haben wir die Truhe logischerweise schon aufgemacht, weil verbuddelte Schätze sind immer nicht verschlossen. Makibäre! Wie wir halt echt schon tausend solche Sachen gefunden haben und noch nichts hergestellt. Ist hier hinten eine Truhe versteckt? Nee. Ach ja, aber... Ah, hier ist eine Truhe, sehr schön. Zweimal Proviant, also das ist echt eine total einfache Truhe gewesen. Da haben wir fast keine Fertigkeiten gebraucht. Und hier sind echt mehr Sachen drin, oder bessere Sachen drin, als in so manch besserer Truhe. Mit Zucker, Gold, Kugel und Proviant. Nehmen wir mal alles mit. Looten und leveln! Das muss drin sein in dem Spiel. Guck mal, ja. Da war doch was. Schicko. Können wir ja eigentlich mal eine Runde pennen. Bis zum nächsten Mugen. Looten und leveln! Das muss drin sein in dem Spiel. Ich hoffe, Maya kennt alle dieses Lied. Wenn nicht, dann sucht's mal auf YouTube. Gehen wir mal noch in die Höhle hier rein. Da ist auf Guaranty auch irgendwie... ...eine Truhe versteckt. Hoffe ich mal. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Da war... Das war, glaube ich, die Höhle mit den... ...mit den Spinnen. Die Spinnenhöhle. Jaa... Das war die Spinnenhöhle. Achja, genau. Und da oben war doch, glaube ich, diese Truhe, wo wir hinfliegen mussten als... War da denn Truhe? Ne, ne? Ich weiß grad nicht mehr. Irgendwann muss man da hinfliegen als Papageier. Ach, ne, da lagen einfach so die Sachen rum. Alles klar. Okay, dann können wir jetzt eigentlich zurückfliegen. Also teleportieren, nicht fliegen. Teleportieren. Wir waren jetzt an allen prägnanten Stellen. Wir brauchen noch 50 Ruhm. Die bekommen wir auch von so einer Schildkröte, die hier unten rumdampert. Deswegen... Ach, da ist Bones jetzt wieder da, oder was? Wo hat er denn gesteckt, verdammt? Komm, ab zum Strand. Wir schlachten noch die Schildkröte ab. Ich möchte die zwar eigentlich nicht umbringen, aber... Das ist das Einzige, was hier Ruhm gibt. Ich weiß grad gar nicht, ob die 50 Ruhm gibt, aber... 20 nur. Ach, verdammt. Wie schlecht. Haa... Müssen wir eben erstmal einen kleinen Umweg gehen, weil ich weiß, dass hier drüben noch ein paar Sandläufer waren. Oder Sandteufel, oder wie auch immer die hießen. Und die geben auf jeden Fall 50 Ruhm. So. Und dann schauen wir mal. Ich bin schon gespannt, auf welche... Insel wir als nächstes gehen. Ach, Bones kommt wieder nicht hinterher, oder was? Was macht denn der Bones schon wieder? Egal, wir nehmen die Muscheln noch mit. Und jetzt nochmal schnell zu der anderen Kiste. Dann haben wir es quasi geschafft. Auf Tagarigua. Ach ja, wir schauen dann logischerweise nochmal ins Logbuch rein. Nicht, dass wir irgendein einfaches Quest übersehen haben. Sooo... Zu schwierig. Ach ja, wir müssen logischerweise erstmal hochleveln. So. Und jetzt... Seid gespannt. Ich bin zumindest gespannt, was es da drin gibt. Ach, Mann. So. Das ist die schwierigste Kiste bisher. Wir hatten ja keine 40er Kiste. Trank der Magie. Verbrauchsgegenstand. Wirkungsdauer. Du spürst förmlich, wie die Magie durch deinen Körper fließt. Ja, aber zaubern tun wir eh noch nicht. Schleichender Tod. Zieht deinem Gegner schleichend Lebensenergie ab. Ja, okay. Vielen Dank. Können wir ja zur Not alles verkaufen. So, jetzt teleportieren wir uns wieder zurück zum Strand. Ich glaube, das nächste ist der Jack. Da holen wir uns nochmal ein paar... Oh, er ist gerade. Wollen wir noch ein paar Kugeln? Und jetzt geht's auf zur nächsten Insel. Wir haben die erste Insel geklärt. Sehr, sehr schön. Wurde aber auch Zeit. Ach, was für ein schöner Anblick hier. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Wir haben geschlafen. Ich meine, sehr oft und viel schlafen wir zwar nicht, aber es reicht aus. Und jetzt geht's zurück aufs Boot. Da können wir ja, glaube ich, das rote Boot nehmen, oder? An Bord. So. Was denkst du über diesen Ort? Ja, ja, die Inquisition. Die hat auch schon bessere Tage gesehen, denke ich. Komisch, dass sie jedes Mal auf die Nase fallen, wenn es um die Wurst geht. Als Laste ein Fluch auf ihnen oder sowas. Tja, vielleicht sollten sie ihre steifen und angestaubten Ideale nochmal überdenken. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückles. Wie auch immer. Ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Und jetzt auf, auf zu neuen Taten in Seestechen. Wo gehen wir jetzt hin? Krabbenküste. Von da sind wir gekommen. Antigua. Heimat aller Piraten der südlichen See. Insel der Diebe. Eine kleine, verträumte und von Menschen gänzlich unbewohnte Insel. Taran ist auch Donnerinsel genannt, in den umliegenden Minen der Magies und Kristalle aller Art zu finden. Kila, kleine Südseeinsel. Man sagt, die Eingeborenen, die hier leben, seien besonders abergläubig. Die Nebelinsel sagen, umwobene Insel des Westens. Man munkelt, dass noch nie jemand von ihr zurückgekehrt ist. Und Kalador, auch Eisenbruch genannt, die Ruinen der dunklen Krieger sind, hier auch heute noch zu bewundern. Ist eigentlich egal. Wir gehen einfach mal nach Antigua, Heimat aller Piraten. Gehen wir da zuerst hin. Achso, jetzt habe ich vergessen, ins Logbuch zu schauen. Ach, ist jetzt gut. Naja, ich schaue jetzt gleich nochmal rein. Ich werde wahrscheinlich eh nichts Spannendes drin haben, aber egal. Wächter an Bord. Quest abgebrochen. Die Fuegos Leiche, Horas verraten, abgebrochen. Was, was, was? Naja, was so richtig ich hätte machen müssen mit der Leiche von dem Typ, weiß ich auch nicht, aber egal. Logbuch. Achso, jetzt haben wir das gar nicht mehr dastehen mit diesen Takarigu. Ach, egal. Jetzt sind wir auf Antigua, der Schatz eines glücklichen Piratens. Auf meiner Karte kann ich den Fundus des Schatzes sehen. Müsste ja jetzt irgendwo hier sein. Ja. Ah, anscheinend gibt es immer mal solche Sandbänke, auf die man nicht hinkommt, weil hier kommt man ja wahrscheinlich auch nicht hin. Also insgesamt erstmal und hier auch nicht. Eine ziemlich kleine Insel, oder? Also ich meine, rein vom Gebiet her. Zagi-Bagi. Dann hier ein bisschen Wasser. Also wirkt auf den ersten Blick erstmal so, als ob wir das schneller furschen könnten. Ach, den Horas-Typ können wir auch mitnehmen, aber ich habe mich so an Bones gewöhnt. Ich nehme Bones mit. Komm mit. Klar. Ich weiß auch gar nicht, was der andere Horas-Typ macht. Bones heilt mich wenigstens mit. Ich glaube, das ist mir am wichtigsten. Road a boat zum Weststrand. Schauen wir uns mal um. Wir nehmen natürlich wie immer die Muscheln mit. Wir nehmen natürlich wie immer die Schädelblüte mit. Und wir nehmen natürlich wie immer die Maki-Beere mit. Die ist sehr, sehr köstlich. Kann ich jedem noch empfehlen. Die Muschel ist auch gut. Da sind manchmal Perlen drin, ne? Die viel Geld wert sind. Und Geld. Ich bin Geldgeil. Gold, Gold, Gold. Wir werden wie Gold sein. Das Lied habe ich erfunden. Und wir werden dann wie Gold sein, wenn wir viel Gold haben, das einschmelzen, in eine Badewanne schütten und dann reinsteigen in das Gold. Wenn wir dann aus dieser Wanne wieder rauskommen, dann sind wir komplett Gold überzogen und sind Gold und haben das Ziel des Liedes erreicht. Ja, ich rede gerade ziemlich viel Müll. Oh, wo kommt er denn her? Für den Sandteufel verschwende ich mal keine meiner wertvollen Kugeln. Aber höchstens dem Sandteufel. Wollt's doch einfach nur die Muschel haben. Kann denn das so schwer sein? Liegen aber auch wieder verdächtig. Viele Knochen rum. Eine sehr böse Insel wahrscheinlich. Mit vielen gefährlichen Kreaturen. Dann haben wir auch schon den ersten Kollegah am Lagerfeuer. Grüße. Was lag hier? Natürlich. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Es ist ja auch das Hauptquartier der Piraten. Wohnsitz des berühmt-berüchtigten Piratenadmiral Alvarez. Sicher. Aber ich rede hier von wirklich gefährlichen Dingen. Ja? Wovon genau? Hast du es etwa noch nicht gesehen? Die Brut des Bösen ergießt sich über das Land. Höllenhunde haben die ganze Hafenstadt überrannt. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Oh mein Gott. Woher weißt du, dass die Hafenstadt angegriffen wird? Ich bin schon einige Tage hier und habe die Stadt beobachtet. Glaub mir, es ist schlimm. Viele sind getötet worden. Viele sind geflohen. Der Weg von hier in die Stadt wird von einigen dieser furchteinflößenden Höllenhunde bewacht. Ich war noch nicht mutig genug, den Kampf gegen sie aufzunehmen. Du bist kein Pirat. Was machst du auf Antigua? Du bist kein Pirat. Was machst du hier auf Antigua? Ich bin ein Wächter. Hüter der Magie und Beschützer der Hohen Magier von Taranis. Ich wurde hierher entsandt mit dem Auftrag, möglichst viele magische Kristalle für unsere Sache zu finden. Interessant. Hast du vielleicht... Also, ich würde ja nur zu gerne noch über mich und meine Aufgaben plaudern, aber... Ja? Ich habe noch so viel zu erledigen und weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Ja, ich kann ihm doch helfen. Warum nicht? Begleite mich. Ich bringe dich in die Hafenstadt. Aber die Höllenhunde auf dem Weg zur Stadt. Damit werden wir schon fertig. Ähm, sicher? Ja. Verdammt, wir sind zu dritt. Na schön. Aber auf deine Verantwortung. Außerdem sieht er viel krasser aus als ich. Er hat ein viel schöneres Schwert und eine viel schönere Rüstung etc. Was ist denn hier los? Warum liegt denn hier überall roher Fisch rum? Hallo, lass mich doch mal den rohen Fisch einsammeln. Rohrfisch, gut! So, und jetzt können wir den rohen Fisch nämlich auch zubereiten. Es wäre irgendwie cool, wenn es Proviant gäbe, äh, wenn es Nahrung gäbe, die mehr als nur ein... Einmal Proviant quasi... Rausspringen lässt. Also wenn ich halt ein großes, fettes Stück Fleisch habe, dann wäre es ja logisch, dass ich dadurch zwei-, dreimal Proviant bekomme und nicht nur einmal. Und so ein kleiner Fisch, okay, da gibt es halt nur einmal Proviant. Logisch. So, ganz cool. Da sind wir jetzt zu dritt. Dann sollten die Kämpfe, falls hier irgendwelche kommen, ja noch leichter sein. Ich meine, es gibt ja auch gar keine großen Möglichkeiten hier. Ich meine, wo sollen denn hier diese ganzen Hunde kommen? Müssen ja eigentlich bald mal kommen, also wenn hier irgendein Hund kommen soll. Wir sind ja gleich in der Stadt drin. Außerdem könnte er ja hier rechts lang schwimmen. Und hätte dann wahrscheinlich gar kein Problem mehr mit Hunden, weil da wahrscheinlich keine sind. Es sei denn, die sind im Wasser. Sind wir eigentlich hier oben drauf? Ne, wahrscheinlich nicht, oder? Ja, wo ist... Ah, da sind deine Hunde. Alter, weil das sind halt echt nur ganz normale, purplische Höllenhunde. Die geben 50 Ruhm. Das sind keine ernstzunehmenden Gegner. So, ich gehe mal... Ich hoffe mal, dass ich zu dritt jetzt... Zwei Höllenhunde! Ich soll einfach nur zwei Höllenhunde umbringen und dafür... Muss ich ihm helfen? Das muss er doch alleine schaffen, Mann. Na, egal. Einfache... Quests nehme ich genauso mit, wie schwere. Kennt mich. Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Hantelbank. Dudu. Ah, was ist das? Schlangenwurz. Da haben wir auch direkt wieder was zum Teleportieren. Geht doch. Uh, geheimnisvoll. Ja, wir wissen, was wir damit machen können. Ach, es regnet auch die ganze Zeit, merke ich gerade. Ich mag Regen ja eigentlich, aber... Dieser schweren Kluft... Da ist Regen nicht so angenehm. Das zieht einen schön nach unten. Wo genau möchte er denn jetzt hin? Wir sind doch jetzt in dieser Stadt. Kollege. Ach komm, wir gucken erst mal hier nach oben. Weil ich glaube, hier gibt es gar nichts Richtiges. Kein Eingang oder sowas. Schauen wir da erst mal hin. Solange wir den Kollegen noch auf unserer Seite haben, sollten wir auch mal den Friedhof hier erforschen. Oh, oh. Murtriger Knochen. Murtriger Knochen ist also irgendein Quest, wo wir fünf mutrige Knochen sammeln sollen. Dann passt das ja, dass wir die direkt mitnehmen. Oh, eine Wutopuppe. Hallo, nimm die Wutopuppe mit. Nehmen sie. Papageienflug. Noch mehr Gräber. Und noch mehr mutrige Knochen. Jetzt haben wir es geschafft. Quest erfolgen. Cool. Wir haben jetzt 100 Ruhm bekommen für gar nichts. Steinachs. Kann man damit kämpfen? Ja, Tatsache. Oh, die macht sogar 15 bis 50 Schaden. Hiebwaffe. Wird in vielen primitiven Kulturen verwendet, aber der Minimalschaden... Wobei, der Minimalschaden ist ja nur... Ist ja nur... ...einen Tick kleiner. Nur fünf Punkte kleiner. Dafür hat er am Maximalschaden 10 höher. Also eigentlich sollte es sogar Sinn machen, dann mit der Steinachs zu kämpfen. Müsste eigentlich besser sein. Sieht zwar ziemlich rustikal aus, aber wenn die halt so viel mehr Schaden macht... Why not? Warum hat denn die Skala jetzt so einen großen... Nein. Warum hat denn die Skala jetzt so einen großen Grabstein? Der sticht ja richtig hervor. Aber wenn ich das gerade richtig gesehen habe, dann konnte ich mit ihm reden. Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Was sagt dir dein Gefühl für diesen Teil der Welt? Ist das dein Ernst? Dem soll da aber doch wohl klar sein, dass ich ebenfalls ein Pirat bin. Das passt ja irgendwie nicht so richtig zusammen, dass er mir da geholfen hat. Okay, dann haben wir den Friedhof auch direkt mal geklärt. Ich bin ja eigentlich davon ausgegangen, dass auf dem Friedhof hier irgendwelche bösen Sachen auf uns warten, aber da habe ich mich wohl geirrt. Ist es das hier? Ja. Das hier ist die Hafenstadt von Antigua. Worauf habe ich mich da bloß eingelassen? Naja, es hilft ja nichts. Wie auch immer. Ich danke dir für deine Hilfe. Hier, nimm dies als Dank. Ich versuche dann mal, meine Ware hier an den Mann zu bringen. Wenn du noch etwas brauchst, findest du mich auf dem Marktplatz. Die wunderschöne Stadt Antigua, wo Jungfrauen verkauft und Piratenlebern der letzte Schluck gegönnt wird. Ich dachte, die Insel heißt Antigua. Die Stadt auch. Das ist Antigua auf Antigua. Frag lieber nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns diese Stadt noch mal etwas näher an. Hallo, Alvarez. Na endlich. Wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Sorry, ich war zuerst noch auf Takarigua. Ähm, du bist bestimmt der Boss hier, richtig? Freue mich auch, dich zu sehen. Sei froh, dass ich überhaupt noch nie komme. Ach ja. Du bist bestimmt der Boss hier, richtig? Das ist den Unsinn. Wo warst du? Auf Schatzsuche. An der Grabenküste. Oh, da ist ja ein Gegner. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Äh, Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten wir besprechen alles weitere drinnen. Komm mit. Du musst mir alles ganz genau erzählen. Eine Höhle aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde. Getrieben von der Macht des Schattenreichs. Was ist da denn los? Der liegt da auf der Erde, weil er tot ist oder was? Oder verletzt zumindest. Die Schattenreifen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen liegt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Hm. Komm schon, verschol mich damit. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Na schön. Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Bieste haben sich fast überall eingenistet. Okay, drei habe ich ja schon umgebracht und vier brauche ich ja nur umbringen. Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Ähm, wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Ich habe einige erledigt. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und? Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Ah, dafür bekommen wir auch schon was. Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Sack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her, habe ich auch ein paar Biester gesehen. Also im Endeffekt überall. Gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal einen Cut. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Bis zum nächsten Mal, euer Paxis. Tschüss, tschüss.